Don't you know that you're beautiful, just the way you are Guten Morgen ihr Lieben, heute habe ich mal schöne Locken und stehe nicht mit einem Wuschelkopf auf. Ich habe gestern ja die Zöpfe die ganze Zeit noch drin gelassen und auch damit geschlafen und automatisch sind solche schönen Wellen entstanden. Voll hübsch, so kann man sich auch mal das Glätteisenlockenstab oder was auch immer sparen und seinen Haaren ein bisschen was Gutes tun. Ja, ich habe euch ja gestern schon erzählt, für mich geht es jetzt nach Düsseldorf zum Friseur und mein heutiges Outfit, das können wir euch jetzt auch mal kurz zeigen, sieht so hier aus, ich habe dieses Oberteil und den Rock, beides von Zara. Wie gesagt, es geht jetzt nach Düsseldorf, war schon lange nicht mehr da, ich glaube ihr seht das gar nicht so sehr, ich weiß es nicht, ob man es so stark in der Kamera kennt, aber man erkennt es auf jeden Fall, wenn ich in den Spiegel gucke. Am liebsten würde ich auch eher sagen, dass ich es gar nicht so dunkel oben machen soll, weil es ist eigentlich perfekt außer der Ansatz. Ich will meine Haare lang bekommen und zwar richtig lang. Mein Ziel dieses Jahr, Haare lang bekommen. Ein sehr oberflächliches Ziel, aber man hat auch manchmal solche Ziele. So, jetzt schwinge ich mich mal ins Auto und ich bin Gott sei Dank nicht spät dran. Ich habe nämlich, eigentlich ist das, ist das gut oder ist das schlecht, dass ich das dann halt auch weiß, obwohl ich weiß es eigentlich jetzt nicht zu 100%. Ich trage in meinem Terminkalender meistens, wenn ich so Strecken fahren muss nach Düsseldorf oder so, trage ich meistens immer den Termin eine halbe Stunde früher ein. Aber manchmal mache ich das auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob ich um 9 oder um 9.30 Uhr den Termin habe. I don't know. Aber ich hoffe, ich komme an einem Café Fellow vorbei, weil die haben Avocado, Bagel und Sojakaffee und das wird dann mein Frühstück. Ich war gerade bei Whiten, Whiten, so heißen die, da war ich auch gestern. Und die haben veganes Bananenbrot, was super, super lecker ist. Ich hätte so gern das Rezept, weil es echt verdammt geil ist. Und habe mir einen Sojakappuccino geholt und bin mega in time, aber so richtig in time. Aber trotzdem, Verkehr, na. Ich sitze jetzt schon bei der Wendy. Guck mal, die habt ihr auch schon super lange nicht mehr gesehen. Sie hat mir gerade die Augenbrauen schon gefärbt. Und ich bin heute ein bisschen heller geworden. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und jetzt wird es ein bisschen geschnippelt noch und dann gefüllt. Tada! Haare sind fertig. Ich bin ein bisschen blonder geworden, wie man sehen kann. Wir haben einige Strähnen gezogen. Gerade auch hier unten, weil ich war teilweise hier unten sehr, sehr dunkel noch. Und ich wollte es so machen, dass wir immer mehr an meine Naturhaarfarbe. Nicht unbedingt an meine Naturhaarfarbe, aber dass wir so ein bisschen drankommen. Voll schön. Jetzt müssen wir eigentlich kurz ins Licht gehen, damit ihr das richtig seht. Voll geil. Fällt mir richtig gut. So, jetzt bekomme ich noch ein paar Waves rein. Und so wird es Maren wieder blond. Es ist zwar ein dunkles Blond und es ist, glaube ich, echt so eine Ansichtssache. Ein paar sagen, vielleicht ist es auch hellbraun. Aber du sagst blond, ne? Definitiv blond. Es gehört zu blond. Also Maren ist wieder blond. Aber ich werde nicht heller. Also das haben wir auch schon gesagt. Heller werde ich auf gar keinen Fall. Aber ich möchte diese Farbe jetzt einfach so züchten, bis sie hier sind. Und dann, ja, gucken wir einfach mal. Immer wieder so ein bisschen variieren wir mal. Vielleicht wieder ein bisschen dunkler, dann wieder in die Richtung. Aber das bleibt jetzt erstmal für den Sommer und auch für den Herbst. Das ist eine ultrerschöne Farbe. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich finde es auch gut, dass der Ansatz nicht mehr so dunkel ist. Ja, richtig schön. So, ich sitze jetzt gerade noch hier und habe mir gerade ein Master E-Ball geholt. For to go. Und habe noch den Mädels hier zwei Smoothies mitgebracht und ein Soja-Cappuccino. Richtig geil. Die haben hier direkt gegenüber so einen Organic-Food-Laden, der richtig geil das Smoothies macht und so Regals und voll die leckeren Bowls. Und richtig geil. Dann habe ich jetzt die hier mal geholt und probiere die jetzt mal. Bin super gespannt. Und freue mich jetzt drauf. Und gerade bin ich noch dabei, für unsere Marke ein paar coole Clips zusammenzubasteln. Es gibt, das habe ich euch ja gestern schon erzählt, da saß ich auch gestern schon dran, es gibt einzelne Videoclips zu den jeweiligen Teilen und so ein kleines Vorstellungsvideo von 15 Sekunden und die schneide ich gerade alle so zusammen. Ich suche noch die richtige Musik. Und Tobi kommt jetzt auch gleich hier hin und dann werden wir noch ein bisschen die Sonne hier in Düsseldorf genießen. So, ich bin gerade angekommen. Übrigens habe ich euch schon mein Outfit gezeigt. I don't know. Ja, bin angekommen. Da hat jemand gedrückt und ist nicht eingestiegen. Super. Ja, Tobi ist schon da, der sitzt gerade bei Vapiano. Da gehe ich jetzt hin und ich bin gespannt, was er zu den Haaren sagt. Ich hoffe, es gefällt ihm. Mir gefällt es auf jeden Fall unglaublich gut. Wo sind wir? Wir sind gerade bei Vapiano in Düsseldorf. Und es gibt sogar vegan hier. So eine, wie hieß das jetzt eben? Das war Pasta Vegetalia oder irgendwie sowas. Und das ist mit Spargel, Spinat, so einem Pesto und vegane Soße. Also es ist wirklich vegan. Ich habe nachgefragt. Nudeln auch. Ich muss hier das mal betonen. Ich denke, wir machen es einfach jetzt so rum. Alles, was du isst, ist direkt von vornherein klar, dass es vegan ist. Ja. Und sollte es irgendwann mal vielleicht in Zukunft doch nicht mehr vegan, sondern vegetarisch sein, kannst du es ja wieder erwähnen. Genau, finde ich auch eine gute Lösung. Ja, wir haben hier gerade... Ich bin nicht immer in diesem Rechtfertigungs- Ja, ich weiß. Was ich esse, ist vegan. Ja, weil viele bestimmt fragen werden, aber hey, da ist doch eine Soße dran. Als ob das nicht eine Sahnesauße ist. Leute, Ansage von Tony. Ansage. Ansage. Kleiner Finger drauf. Ansage an die ganzen veganen Kritiker. Oh, oh, jetzt wird es ernst. Nee, das war die schon. Ach so. Ich dachte, da kommt noch was. Nein, das, was ich gerade eben gesagt habe. Ja, okay. Du musst dich nicht mehr rechtfertigen. Wir stellen es von vornherein klar. Alles ist vegan. Okay. Oder wir machen echt das Intro. Maren vegan. Vegetarierin seit vier Jahren. Vegan seit jetzt drei Wochen. Und hat eine Ameise auf dem Fuß. Ich weiß, ich möchte es euch nicht aufs Brot schnieren, aber ich bin vegan. So, und jedenfalls, was ich sagen wollte, wir haben gerade drin eine kleine, eine kleine süße Zuschauerin getroffen, die uns täglich guckt. Und wir grüßen dich mal hier ganz lieb an dieser Stelle. So, und jetzt esse ich hier mal auf. Ich schaffe das, glaube ich, gar nicht alles. Ich esse das auf jeden Fall, versuche ich so gut, wie es geht, aufzuessen. Und dann geht es ein bisschen in die City, spazieren und das schöne Wetter genießen. Wir haben 29 Grad, Leute. Das muss man ausnutzen. So, Leute, wir sind gerade vor dem Büro und wir haben bei uns im Büro einen Tiefgaragen-Bestellplatz. Da hat der Tobi jetzt gerade sein Auto hingebracht. Und ja, wir haben eben den neuen Porsche bekommen, den wir ja für das 24-Stunden-Rennen bekommen haben, weil Tobi eine Zusammenarbeit mit Porsche hat. Und gestern wurde, gestern, ich habe überhaupt keinen Plan, hat Tobi den Porsche bekommen. Der hatte aber einen Reifenschaden. Und deswegen musste der getauscht werden. Und jetzt haben wir diesen hier. Und der ist so schön. Wirklich. Der ist ein Traum. Dieses Auto ist so, so schön. Das ist mal gerade ein Radfahrer. Und jetzt, glaube ich, schon von mir läuft er auch gerade. Ne, da hatte ich Hallos. Ja, auf jeden Fall, das Auto ist wirklich ganz, ganz toll. Das sieht sehr, sehr schön aus. Und ist auch, finde ich, sehr besonders. Also wirklich, es ist immer wieder eine Ehre, in einem Porsche, finde ich, sitzen zu dürfen und den auch fahren zu dürfen. Ich fahre den übrigens jetzt gar nicht zurück. Und ja, Tobi freut sich jedes Mal wie ein kleines Kind. Und gerade für jemanden, der Autos so sehr liebt wie Tobi, ist das jedes Mal wieder ein Highlight. Und ich glaube, das wird es auch immer bleiben. Und das sollte es auch immer bleiben. So wie für mich. Keine Ahnung, was ein Highlight ist. Das krasseste überhaupt, auch wo der dann Long Beach war mit Porsche und so, das ist schon, wirklich, das weiß Tobi sehr zu schätzen. Ja, wir fahren mit diesem wunderschönen Auto auf den Nürburgring. Nicht auf den Nürburgring, sondern zum 24 Stunden Rennen. Und werden dort dann auch ein schönes Video produzieren. Hallo. Und Tobi, da ist er. Lass mich bitte das Auto hier vom Parkplatz rausfahren, okay? Und Tobi wird auch einen kleinen Carpon zu dem Wagen hier drehen. Hast du hier schon gezeigt? Sogar noch nicht. Und es gibt sogar auch eine Challenge während dieses Carpons. Also solltet ihr auf jeden Fall auch beim Tobi vorbeischauen. Der hat auch jetzt schon zwei neue Videos hochgeladen. Vielleicht habt ihr die noch nicht gesehen. Und ich zeige euch jetzt einfach nur mal so ganz kleinen, ganz kleinen Ausschnitt vom Wagen. Wo ich glaube, ihr werdet den eh die ganze Zeit sehen. Aber ich will dem Carpon nicht zu viel wegnehmen. Tim, tim, tim. So sieht er aus. Richtig schön. Wie ein Porsche halt. Richtig cool. Schöne Farbe ist das auf jeden Fall. Und es ist ein GT3, 911er GT3. Da könnt ihr es sehen. Mit schönen Schalen sitzen und gelben Gurten. Ein kleiner Schnitt von Ich-Ber-Beifahrer im Porsche GT3. Maren fährt gerade. Man kann es die Rennfahrschule gerade nennen. Ich erkläre ihr die Gänge, wann sie kuppeln muss. Nicht zu viel Gas. Alter, ich habe gerade das Auto abgewürgt. Mal wieder runterschalten. Die Sache war gerade eben. Kannst ja mal erzählen, was ich gemacht habe mit dem Anfang. Maren bekam ein bisschen in Hektik und hat dann abgewürgt. Nur hier fährst du halt nicht bei 10 km haben, dritten Gang an, weil dann macht es so aus. So. Und jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Ich habe gerade gedacht, da wäre genau ein Fleck auf der Linse. Ich bin auch gerade nach Hause gekommen und werde jetzt auch schlafen gehen. Ich wollte euch eigentlich nur noch einen schönen Abend wünschen. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann.